Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche Der Prophet ist im Jahre 570 n. Chr. in der Stadt Mekka geboren, wo der Stamm Kureisch lebte. Sie war eine bekannte Stadt auf der arabischen Halbinsel, da sie eine Pilgerstadt und zugleich eine Handelsstadt war. Der Prophet kam als ein halbweisen Kind auf die Welt. Denn sechs Monate vor seiner Geburt starb sein Vater. Sein Vater hieß Abdullah und seine Mutter Amina. Das Klima in Mekka war für Säuglinge nicht gut. Die Säuglinge erkrankten häufig und nicht selten starben sie. Deswegen war es in Mekka Brauch, dass die Familien ihre Kinder bald nach der Geburt aufs Land schickten, damit sie dort in gesunder Umgebung aufwachsen konnten. Frauen auf dem Land, die selbst ein Kind bekommen hatten, gingen in die Stadt und nahmen einen fremden Säugling auf. Das war für sie vor allem eine Erwerbsquelle. Daher waren bei ihnen jene Kinder am begehrtesten, die besonders reiche Eltern hatten. Solch eine Frau, die ein fremdes Kind stillt, wird Milchmutter und ihre Familie die Milchfamilie genannt. Die Milchmutter, die den Propheten aufgenommen hatte, hieß Halima und war aus dem Stamm der Banu satt. Sie erzählte später, wie es dazu kam, dass sie den Propheten angenommen hat. Ich war mit anderen Frauen aus meinem Stamm in einer Karawane unterwegs nach Mekka, um Milchkinder aufzunehmen. Als wir uns Mekka genährt hatten, eilten alle anderen Frauen ab und davon, um die Kinder der wohlhabenden Familien bekommen zu können. Mein Esel war lahm und schwach, so kam ich als Letzte in Mekka an. Ich erfuhr, dass alle Kinder schon vergeben waren, außer einem Waisenkind. Um nicht mit leeren Händen zurückzukehren, nahm ich schließlich Mohammed, den Sohn von Abdullah, an. Später habe ich verstanden, dass er ein Geschenk für unsere Familie war. Auf der Rückreise war mein Esel auf einmal das zügigste Tier in der Karawane. Mohammed brachte Glück in unsere Familie. Es waren den segensreichen Jahren, in denen unsere Tiere immer ausreichend Futter fanden und wir keine Sorgen kannten. Die Milchschwester des Propheten war Shaima. Sie war paar Jahre älter und hatte in dieser Zeit sehr auf den Propheten aufgepasst. Traditionell wurden die Milchkinder mit zwei Jahren an ihre leiblichen Familien zurückgegeben. Als der Prophet zwei Jahre alt war, bat die Milchmutter Halima die leibliche Mutter des Propheten Amina darum, den Propheten noch zwei weitere Jahre behalten zu dürfen. Denn sie hatten ihn so sehr lieb gewonnen. Zudem war es fürs Kind bei ihnen gesünder und besser als in der Stadtluft. Zum Wohle des Kindes war seine Mutter damit einverstanden. Somit wurde er, erst als er vier Jahre alt war, seiner Mutter zurückgebracht. Als er sechs Jahre alt war, nahm ihn seine Mutter mit auf eine Reise nach Medina, wo sie ihre Familie und das Grab ihres Mannes besuchte. Denn sie selbst stammte aus Medina. Auf der Rückreise erkrankte sie. Kurz darauf starb sie und der Prophet wurde zum Vollweisen. Die Dienerin um Eamon brachte ihn nach Mekka zurück. Sein Großvater nahm ihn zu sich und kümmerte sich um ihn. Der Großvater hieß Abdul Muttalib und war der Stammesführer vom Stamm Kureisch. Also, quasi der Bürgermeister von Mekka. Als er acht Jahre alt war, starb sein Großvater. Im Sterbebett sorgte er sich um sein Enkelkind und vertraute ihn seinem Sohn Abu Talib an. Abu Talib, war der Onkel des Propheten, der ihn zu sich genommen und sich um ihn gekümmert hat. Er war ein Händler, hatte eine große Familie und war nicht reich. Der Prophet brachte sich ein und half der Familie seines Onkels. Er kümmerte sich auch als Hirte um die Tiere seines Onkels. Zudem lernte er bei seinem Onkel das Handwerk des Kaufmannes. Hoffentlich war unser YouTube-Video für dich hilfreich. Wir würden uns über ein Like und ein Abo freuen. Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat.